Als Leuchtmittel ist das Öl unvergleichlich. Es ist das Licht der Epoche. Jeder Tropfen Öl, den du aus dem Boden saugst, enthält Skelette von Milliarden winziger Meerestiere. Wie riesig das alles ist. Wie gut das alles funktioniert. Milliarden winziger Leben. Stell dir das mal vor. Alles, was ich sehe, existiert nur, weil sich einmal jemand vorgestellt hat, dass es vielleicht möglich ist. Wer es nicht brennen gesehen hat, mag mir getrost glauben, dass sein Licht kein Mondschein ist. Du denkst, dass du so wichtig bist, dass du dir da auch mal keine Gedanken machen musst. Eher schon so etwas wie das klare, starke, leuchtende Licht des Tages, an dem die Mächte der Finsternis nicht teilhaben. Der Krieg hat an dem Tag begonnen, an dem wir entschieden haben, dass wir ein Recht auf Wärme haben, obwohl die Sonne nicht scheint. Geschwindigkeit zu wissen. Wer ist das, was wir neu gegründet haben? Du denkst, dass du so wichtig bist, ist das, was du ja. Und du einfach hast das, was wir in derициux, bist du, bist du.